Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26905. Zu einer weiteren folgenden Minecraft Part 190 sind nur noch 10 Parts, beziehungsweise 9, 199. Ab 200 sind ja die Gäste dabei. Ja, da seht ihr ein paar Gäste, beziehungsweise ein paar YouTuber, mit denen ich schon lange in Kontakt stehe. Mit denen werde ich zusammen... Haben wir jetzt Essen? Ne, ich habe kein Essen mitgenommen. Mit denen werde ich dann zusammen da hinten die Burg aufbauen. Die habe ich natürlich schon im Hotel, beziehungsweise die werde ich dann ins Hotel einladen bei mir. Und ja, die kommen dann zu mir. Wir werden dann mal, denke ich mal, ein paar Parts aufnehmen, ein paar viele, keine Ahnung wie viele ungefähr. Und dafür muss ich dann hinten das Gelände vorbereiten. Sorry, wenn ich jetzt noch was esse, aber ich habe nichts gegessen heute. Ja, da hinten muss ich das Gelände vorbereiten. Ich muss dieses Land schon flach machen, wo ich schon angefangen habe. Es dauert Ewigkeiten. In der Zeit kann ich nur noch Banane essen. So lange dauert die Fahrt. So. Erstmal hier gediegene Banane essen. Ja, hier fehlt noch ein bisschen Erde. Das alles hier wird auf die Höhe angeglichen. Ach, das ist ja eine Heidenarbeit, ne? Ha, ach du Scheiße. Ja, da habe ich mir einiges vorgenommen, würde ich sagen. Da habe ich mir echt einiges vorgenommen. Und im Moment, ich muss mir hier kurz meine Banane aus der Schale rausholen. So, soll ich erst die Bäume fällen? Ich fälle erst die Bäume. Und im Moment. Okay. War das schon alles? Jemals, oder? So, wir lassen den Baum mal erst mal absterben. So, wir lassen den Baum mal absterben. So, wir lassen den Baum mal absterben. schon alleine. So, der ist relativ klein. Es wird schon wieder dunkel. Ich habe natürlich nicht an ein Bett gedacht. Ich raste aus. Ich habe keinen Bock da. Ach nee. Ich habe keinen Bock da wieder zurückzufahren und an ein Bett zu denken. Ich habe keinen Bock da. So, ein Stack. Ich brauche das ein nicht, alter. Kannst gleich wieder wegwerfen. Oh, ich habe meinen Stoppuhr eigentlich gedrückt. Das wäre natürlich jetzt doof. Ne, ich habe sie gedrückt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber die Parts werden ja 30 Minuten lang. Und diesmal ruckelt es nicht. Ich weiß nicht, woran es das letzte Mal dran gelegen hat. Ehrlich nicht. Also, ich weiß nicht, woran wir es sind. 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 Das ist mir so klar, dass da irgendwas kommt. Da hat es ja nochmal geschwind ein Ei gelassen. Äh, ich wollte hier, äh, kein, äh. So, ich mache mir nochmal kurz meine zweite Banane auf. Krab, Bananen, Amina, sorry. Ja, wir haben den letzten Tag im Jahr, wo es gutes Wetter ist. Da müssen die ganzen Motorrad-Spaßdienst noch fahren, Alter. Amina. Oh, schon wieder ein Huhn, Alter, verpiss dich. Komm her! Komm her! Und die nächste Schaufel dahin. Und die Schaufel dahin. Und die Schaufel dahin. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, sag mir schon wieder, dass mein Inventar schon wieder voll ist. Das gibt's doch nicht. So, dann wollen wir mal unser Inventar leeren. Mach dich weg! Danke. Und das kommt alles andere rein, wie das zum Beispiel, das. Das kann, äh, das kann übrigens weg. Die Werbe. Sollen sie sonst wohin, alter? Sollen sie sich wieder? Sollen sie sich wieder? Sollen sie sich wieder? Untertitelung des ZDF, 2020 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 sorry dass ich nicht so viel rede aber ich weiß nicht was ich erzählen soll wie gesagt es kommen zwei leute im special den einen kennt ihr bereits der war schon öfters mal dabei das ist der tobias ein anderes ist justin die werden zusammen mit mir hier die burg bauen und vielen anderen blödsinn machen wenn ihr auch dabei sein wollt dann ist es einfach nur in die kommentare schreiben mit eurem minecraft namen und oder skype daten oder ihr kontaktieren mich unter meinen skype daten oder teamspeak daten die in der video beschreibung stehen dort kann ich dann alles weitere erklären ja wie gesagt ihr müsst ein bisschen kreativ sein um hier eine burg zu bauen und sonst müssen muss man nichts können kohle 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 Ja, sehr schön, das kommt. Duftest sogar. Diesmal durftest du es. Sehr gut gemacht, Creeper. Einmal darf ich dich ja wenigstens loben. Einmal.